Ein ganz normaler Chat, oder? Das Problem ist nur, der Verlauf sollte gar nicht an mich gehen. Was für eine surreale Vorstellung, dass ich oder jemand anders einfach so einen fremden Chatverlauf mitlesen kann, oder? Aber genau das will der Ministerrat der EU erreichen. Das geht aus einem geleakten Dokument vom ORF hervor. In diesem wird gefordert, dass es sowohl eine starke Verschlüsselung geben soll, als auch, dass Behörden mitlesen können. Aber das geht so nicht. Wenn irgendjemand mitlesen kann, ist die Verschlüsselung kaputt. Zudem wird eine Diskussion gefordert zwischen Forschung und IT. Aber mit so einer kaputten Ausgangslage kann das nicht funktionieren. Der Chaos Computer Club bringt das Problem ziemlich gut auf den Punkt. Verschlüsselung kann nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Entweder ist sie sicher, oder sie ist es nicht. Man kann Verschlüsselung nicht so schwächen, dass die Schwächen nur durch Strafverfolgungsbehörden ausgenutzt werden können. Wohl aber können versierte Nutzer auf kaputte Kryptografie verzichten. Im Ergebnis hätten nur noch Kriminelle wahren Schutz. Niemand sollte das Recht haben, unsere Chatverläufe mitzulesen. Erst recht nicht so eine mächtige Institution wie ein Staat. Deshalb fordern wir einen sofortigen Stopp des Vorstoßes auf europäischer Ebene. Wir brauchen nicht weniger Verschlüsselung, wir brauchen mehr. Weiter fordern wir eine europäische parteiübergreifende Anstrengung für ein Grundrecht auf Verschlüsselung. Liebe Orgas, kommt mit uns an Bord, unterschreibt unser Statement und unterstützt uns. Und liebe Einzelpersonen, wendet euch an die Zuständigen. Kontaktdaten und einen Beispieltext findet ihr auf unserer Webseite. Sonst könnt ihr auch noch eine Petition unterschreiben, die sich ebenfalls gegen dieses Vorhaben wendet. Seid einfach laut, teilt die ganze Aktion und denkt dran, Privacy is not a crime. Untertitelung desuventen desuventen.